Ja, aber Rita, jetzt weißt du Bescheid, bald wohnen sie öfters ab. Ja. Da kommt sie vorbei, holt den Udo ab, den sie einkriegt. Was hat er? Da habe ich so auf. Und? Was ist er denn? Was ist da heißer? Da habe ich immer Schiss. Ich fahre auch noch mal ein bisschen. Du auch? Aber das Absteigen war gut.